Die Interschutz hier in Hannover bietet allen Besucherinnen und Besuchern die exzellente Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und vor allem sich auch zu informieren über innovative Ansätze der Hilfe für Menschen in Katastrophen und Krisenfällen. Ich wünsche mir sehr, dass diese Gelegenheit auch genutzt wird, um miteinander in den Austausch zu kommen, um diejenigen zusammenzubringen, die tagtäglich bereit sind, für andere Menschen sich einzusetzen, überall dort, wo diese Hilfe notwendig ist. Das geht nicht nur mit Empathie und Hilfsbereitschaft, sondern da gehört Ausbildung, Qualifizierung, Weiterbildung, Zusammenarbeit, Übung dazu und eben auch die entsprechenden Materialien und Gerätschaften. Und um dieses zu leisten, um dieses gut vorzubereiten, dafür ist die Interschutz eine hervorragende Plattform. Gegenüber Habermus Schöne